Hallo und herzlich Willkommen da bin ich wieder in Far Cry 3 Ich melde mich zurück zum Dienst Es geht weiter Far Cry in Singleplayer Heute mal nicht Koop Weil Singleplayer muss ja auch weiter gehen Ich habe gedacht, nehme ich das jetzt einfach mal auf Jetzt bin ich mittendrin Und ich mache heute wieder ein bisschen Wie heißt es? Genau Hauptmission Jetzt sind wir schon auf dem Weg dahin Oh, ich glaube wir sind drei, ja? Jetzt passt man das auf Dazu Oh, wir Zur Hauptmission gehen Ey, was ist das denn? Wenn ich irgendwie in Far Cry mit irgendwas fahre, Hint sich das Spiel auf Ah Irgendwie Ist jetzt alles ein bisschen verbuggt Weiß auch nicht wieso So Also wie gesagt Bevor ich jetzt hier zur Hauptmission weitergehe Die wäre da Habe ich mir gedacht, gehe ich erstmal da hin Und schnappe mir noch den Stützpunkt Und dann hole ich mir den Funkturm Und dann Ja, dann machen wir mit der Hauptmission weiter Ich glaube mir ist auch noch einer Okay Vielleicht fahren wir halt doch hier mit weiter So ein ganz kleines Stück Was ganz geil wäre Wenn ich vielleicht da aufs Schiff kommen würde Dann hätte ich nämlich Eine geile SMG obendrauf Aber Ich denke, das werde ich nicht schaffen Total unauffällig, wenn ich hier einfach so parke Das ist mega unauffällig Naja So So, da ist Sniperman Und da unten war doch glaube ich noch einer Den wollen wir auch mal suchen Boah, Alter, sei ruhig Der hätte Als richtiger Sniper hätte er mich schon längst gesehen Da ist noch einer Komm vor, komm vor Oh, Scheiße Scheiße, Scheiße, Scheiße Oh, die Motherfucking So wollte ich das überhaupt nicht machen Klar, ich helfe dir Boah, das ging ja fix War jetzt nicht so Versteckt wie ich es eigentlich wollte Aber naja, es ging schnell von der Hand Also Alles klar So fahre ich auch immer Ja Wenn ich gerade mal nichts zu tun habe Halte ich so auch immer an Ja Ja, ich bin bewaffnet Das schaffe ich schon Äh, äh, ja, ist das ja praktisch Ja, ne Wie zieht denn alle Dann ist noch weiter Du hast für mich noch dabei Oh, nein, oh, nicht so viel Ähm, so, da muss ich jetzt hier hoch So, war das nie mehr Den haben wir da ja nicht Alter Oh Die ist natürlich geil Aber ich denke, die tauschen Trotzdem wieder Ist das gut? Ne, ist kein Scheiter einfach drauf Und da ist ein Hai Sollten wir aufpassen Wenn wir eventuell hier schwimmen gehen Was wir aber nicht tun werden Auf keinen Fall Ich bin mir zu gefährlich hier Da haben wir ein Midi-Pack Jetzt geht's los Ja, ja, jetzt geht's los Ein leeres Feuerzeug Eine Memory-Card Und ich habe voll Geld Ich glaube, ich sollte mir irgendwann mal was kaufen Ja Hm Ich habe ja alles Äh, sehr Hm Weiß ich jetzt nicht Ich kann mir meine Magni kaufen Statt nach Schrotflinte, die ich gerade dabei habe Hm Was kann ich mir denn kaufen? Das ist zu teuer Ja, so groß ist meine Tasche leider nicht Na, Flammenwerfer Habe ich auch nicht genug Medizin Ach komm, kauf mal davon mal ein bisschen Ah, alles klar Ja, komm Nehmen wir auch mal mit Kaufen wir hier Kaufen wir hier noch ein paar Karten Ist ja jetzt eigentlich Schnuppe Wir haben ja das Geld Und so viel geben wir jetzt auch nicht aus Deswegen Können wir das einfach mal mitnehmen Ja, ich weiß, dass ich eine größere Brieftasche brauche So Alles klar, dann machen wir hier mal weiter in der Hauptmission Komm Hoppsa Schön gesprungen Ja, jetzt machen wir das Super hier Sehr souverän haben wir das hier belöst Mit der Mit der Mit der Mit der Insel Das fällt mir das Wort schon nicht ein Hier ist keiner Keiner Ich wechsle mal schnell zum Geschilz Sicher ist sicher Man kann nie wissen hier Nein, hier ist aber Scheint keiner zu sein Nein, ich will nicht wieder zum Fahrer sitzen Ich will eigentlich ausschneiden komplett Ja, genau so Und schwimmen wollte ich auch nicht Ja, ist auch ein komischer Typ, ey Wieso laufe ich hier noch durch Wasser? Hier ist doch trocken Alles klar Da ist noch Wasser Bestimmt so eine kleine Filze auf dem Strand Ist eigentlich realistisch Man sieht's nur kaum So, wie kommen wir denn jetzt so hoch Bis wir uns hier so hochschleichen Ja Das ging doch Hallo Dr. Earnhardt Hey, Daisy hier Ich hab mir sein Handy ausgeliehen Wie läuft die Suche? Ich komme voran Wie geht's dir? Gut Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen Aber hör mal Ich hab da unten was gefunden Das musst du dir ansehen Okay Wir treffen uns später dort Hoffentlich mit unseren Freunden Gut Bis dann Bis dahin Da ist also die Daisy jetzt mal noch sicherer versteckt Da sind doch gute Nachrichten Weil wir hoffen, dass sie auch so sicher da bleibt Und ich frag mich, was sie da gefunden hat Aber das erfahren wir erst Nach der Hauptmission Die ich noch in dieser Folge Machen werde Nein, ich Wollte das noch nicht fertig machen Hier Ich hab's ja versprochen So, mach ich erst mal auf Wisch Waff 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 Geht doch Waff 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 Ich mach mal hier die Soundgeräusche Hier habe Da waren wir schon Da gibt's gar nix Aber danke, dass du mich schon mal zeigst Da scheint es was zu geben Da scheint es sehr viel zu geben Wo war die Insel Ich glaub das war die da Oder? Ne, das war die da Die da unten Ah Oh, der Flammenwerfer ist jetzt gratis Und die A2000 Die war vorhin gefunden Da haben wir es jetzt auch gratis Und die Pumpshot dann Alter Ey, Missionsgebiet verlassen Ach, ich bin schon in der Mission da vorne Und jetzt ist hier ne Kiste Plötzlicherweise Vorhin war hier noch keine Als ich vorbeigelaufen bin Also Also ich hab keine gesehen Hä, bin ich denn blöd? Hier ist immer noch keine Hallo Hier Ist Nichts Ich hab nix gesagt Gar nichts Ja, dann wollen wir mal da hinlaufen Wenn wir uns jetzt also schön Mitten in der Mission Ja, ich lauf doch grad direkt drauf zu Jetzt reg dich mal ab So Abgeregt Super Alter, die Sonne Die Reflexion mit der Sonne ist auch Oh, geil Sind auch richtig geil Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll Gerade Alter Was ist das denn hier für ein drittes Lager? Okay Okay, das ist unser Hauptziel Vielleicht sollten wir zuerst den da unten ausschalten Wir haben da hinten noch welche Wow, war der gerade? Ich hab's Luppen gehört Aber ich seh keinen Da unten, okay Da ist noch einer Ich komm Pfeif du schön weiter Weiter pfeifen Alles ist Alles ist okay Ich will dir mal einen ab, alter Alter Alter, wo ist denn der Push, ey? Wo ich gerade durchgelaufen bin Muss er hier irgendwo sein? Hier ist er doch Da wollte ich ihn hinlegen Ist ein bisschen unauffälliger Falls sie mal hochkommen sollten Was ich doch nicht hoffe Für sie Da haben wir keinen mehr Da läuft nur ein Hohn rum Alles klar Ich glaub, wir haben alle entdeckt Erst So Wir könnten natürlich jetzt von hier hinten Sofort den Hauptmann erledigen Aber ich glaub, dann sind wir hier sofort aufgeflogen Und jetzt fliegt mir erstmal ein Flieger ins Gesicht Hm, naja Er liegt ja sehr unauffällig Vielleicht nicht mal ein besserer Schachzug hier Könnte den natürlich Ja, wahrscheinlich ist es schlauer Wenn ich zuerst den da oben hole Welche Richtung guckt er immer? Ja, guck mal da vorne runter Alles klar Die gucken beide aufs Wasser hinaus Die haben wir läuft da hinten Patrouille Da ist ein Fass Dem sollte ich nicht zu nahe kommen Falls wir in ein Gefecht erraten Dann bin ich nämlich sofort down Und das wollen wir natürlich nicht Nein Nein, heute nicht Nee Nee, wollen wir nicht Nee Ich höre eine Schlange Ich glaub, ich hab wirklich eine Schlange Ich glaub, ich seh die Schlange sogar Ich seh die Schlange Scheibenkleister Machen wir denn da Ich glaub, wir haben sowas wie Spritzen 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 Verbessern dein Jagdvermögen mit dieser Spritze Verbessern deine Kampf-Tanklichkeit Hm Hier kann der Geruch Können Überruch Außerdem fliegt die Tiere nicht mehr in der Erde Okay Konsequenzierkörperkraft Um wenn möglich ist Die Gerüge Erschauern anzurichten Alles klar Sehr und das abschreckt Davon hab ich natürlich keins Das ist natürlich Hm Da haben wir ja auch Können wir auch gar nicht herstellen Egal Oder ich weich einfach der Schlange so ein bisschen aus Ich reiß nicht mehr aus Kann man diese Scheiße Ich will dich einfach versenken Guck woanders hin Guck woanders hin Guck woanders hin Guck woanders hin Guck doch einfach woanders hin Boah ey Das war aber auch knapp ey Schon wieder Aber war ja souverän gelöst Da ist noch ein Diamant Da läuft noch einer rum Alles klar Wir gehen das hier ganz leise vor Wenn die Scheißschlange da nicht mehr Können wir hier auch unbeschadet wieder runter Aber können wir auch so Alles klar Wird mich jetzt auch gewundert Wenn nicht Alles klar Dann springen wir mal hier so ganz geschillt rüber Die Folge wird ein bisschen länger Denk ich Weil ich mich hier gerade ein bisschen auffalte Aber ich will es auch Easy durchgehen hier Hm Die stehen natürlich direkt nebeneinander Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch Warte Kopf neben Kopf Kopf neben Kopf Vielleicht kann ich ein Double Laden Alter Alles klar Alter Das war das Top souverän Oh Naja Wie ich ihn jetzt da hingelegt habe Nicht so Egal Wir haben ihn Und wir haben Ihn Perfekt Besser Konntest gar nicht Lauf mal Alter Wollte das einfach mal ausprobieren Tot von oben Howard ja auch sehr gut funktioniert Sehen hat Den da hinten Da oben im Turm Ist keiner Den da hinten Konnte ich mir eigentlich holen Könnte ich so komplett durchgehen Oder ich laufe natürlich hier weiter Was auch eine Möglichkeit wäre Oder aber wir schwimmen jetzt darüber Was ich jetzt gerade schon mache Einfach unüberlegterweise Natürlich Shit ey Hätte vielleicht gucken sollen Dass sich wirklich mehr keiner will Versteck dich Junge Versteck dich Danke sehr Für die Spielekarten Schnell hier rein Was haben wir hier noch Ein bisschen Geld Alles klar Nicht sehr viel Aber immerhin etwas Was Komm renne dahin Oh Bleibt unten stehen Oh scheiße Der da vorne steht auch auf Das ist natürlich jetzt Nicht so praktisch Oh mein Holy shit Alter Och nee ne Holy shitty Einsatz mit X Das war wohl nix Er geht weg Oh Alles klar Das hat geklappt Das hat schon wieder voll geklappt Alter Geht weg ey Lass mich alle in Ruhe Mal kurz nachladen hier Egal Jetzt kommt auch ein bisschen Action hier rein Nachladen Nachgeladen Alter Hier brennt gerade alles ab Da haben wir noch einen bekommen Das haben wir natürlich sehr souverän gelöst Drücke Escape für Huhn Nein ich will gar keinen Huhn Alles klar Wir sind Haben wir doch Trotz des Kleinen Malheurs Relativ souverän durch Meiner Meinung nach Wir hatten ja auch Schutzwestern Alter Fliege Geh weg So Nicht getroffen natürlich Also wo werden diese Lösegeldvideos gedreht Ich hab Keine Ahnung Ich glaub ich will's auch gar nicht wissen Um ehrlich zu sein Weil ich glaub hier sind noch paar Wachen mehr Das können nicht alle gewesen sein Wenn hier so wichtiges Material rumliegt Haben die das nicht nur mit so ein paar Leuten überwacht Äh Kiste Kiste Da ist sie doch Wollte ich auch mal sagen Ach Junge Was willst du denn Was willst du Was Was willst du denn Was will der denn Alles klar Ich glaub ich geh da aber mit Schrotraff vor So ganz So das hat Boah das hat ja perfekt geklappt ey Komm rein Komm rein Komm rein Komm hier rein Er war drin Oh das ist ja schön Oh er freut mir aber Er freu mir Boah hier mit Schrot und äh Maschinengewerb vorzugehen Ist natürlich sehr praktisch Dass wir jetzt drei Waffenplätze haben Das war eine gute Wahl Äh Hallo Alter Wer sind hier denn Da ist noch einer Könnt ihr mal hier Bisschen Locker vorgehen ey Ist doch alles easy So schlimm bin ich jetzt auch nicht Da irgendwas rauschen Ich komme Lisa Ich nehme das nochmal mit Guck mich hier natürlich auch ein bisschen um Auch wenn Lisa gerade in Gefahr ist Die wird das schon nur erleben Die hat es bis jetzt auch überlebt also Alles easy Da sollte sie sein Da ist sie nicht Aber ein Relikt Oh holy holy moly Alles klar Löwe Alter Oh nein Sie ist gar nicht hier Lass mich in Ruhe Der ist ja total chillig Da ist ja Wie ein Film okay Du musst echt abhauen hier Mann Die verdammten Idiotenschwester Hörst du bitte Nicht so fluch Okay wir sind In Gesellschaft einer echten Dame Fick dich Fick mich Siehst du was du getan hast Du hast meine Schauspielerin Gegen mich aufgebracht Jetzt verpiss dich von hier Verschwinde Junge Das war's glaube ich Das wollte ich mir noch kurz angucken Aber wo ist Lisa dann Hier wurde also aufgenommen Okay super Ja ich wollte ja sowieso du warst Also kürzeren Weg gab es ja nicht Und aber was jetzt bei was passiert Das erfahrt ihr erst in der nächsten Runde Bis dahin Ciao ciao Cliffhanger